Er hat Sprengstoff benutzt, um den Weg freizumachen. Das war kein Zufall. Glaubst du, er hat Hilfe? Wer wüsste, wie sowas geht? Vielleicht die Border Street Gang. Pass auf Sprengfallen auf. So wie es auch... 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 Verantwortlich für den Mord von unserer geliebten Kaiserin und das Verschwinden von Thronerbe Lady Emily ist der Staatsgewalt vorübergehend entkommen. Hinweise auf seinen Verbleib sind augenblicklich der Stadtwache zu nehmen. So wie es auch Das war's. 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 Das war's.